Jetzt hat man den Xavier am Wegel, den Xavier Naidoo, den hat jetzt RTL rausgeschmissen, weil der muss, der muss ja irgendeine ganz schlimme Sache gemacht haben. Der Xavier ist ein Künstler und weil er ein Künstler ist, da hat er auch mal ein Liedchen getextet und von diesem getexteten Liedchen sind zwei Videoclips ins Netz gelangt. Und der Text, der soll rassistisch und fremdenfeindlich sein. Und sogar wegen Volksverhetzung will man ihn anklagen. Wer war das noch gleich? Human Blood hat ihn angeklagt. Ja, wer ist denn das? Ein Bekleidungsvertrieb und, äh, ja, fuck Nazis. Also völlig politisch neutral, völlig unvoreingenommen, ja, die machen das schon richtig. So, und jetzt schauen wir uns mal diesen ganzen bösen, rassistischen und fremdenfeindlichen, volksverhetzenden Text mal an. Da singt der Xavier, ihr seid verloren, ihr macht nicht mal den Mund für euch auf, so nehmen Tragödie in ihren Lauf. Hm, Töchter, Kinder sollen leiden, mit Wölfen in der Sporthalle umkleiden. Aha, ihr steht seelenruhig nebendran, schaut euch das Schauspiel an, das keiner beenden kann. Na gut, also bisher ist noch keine bestimmte Gruppe genannt und auch nirgendwo Gewalt oder Hass zu finden gewesen, aber das muss ja jetzt noch kommen. Weit und breit ist hier kein Mann, der dieses Land noch retten kann. Hauptsache es ist politisch korrekt, auch wenn ihr daran verreckt. Dein Eklat, er mag die politische Korrektheit nicht. Er dreistet sich eine eigene Meinung zu haben und will sich nicht freiwillig das Korsett der politischen Korrektheit anlegen lassen. Naja gut, das geht natürlich nicht, aber rassistisch ist das auch noch nicht. Und nochmal, ich habe fast alle Menschen lieb, singt er. Das ist das Problem, er hat nicht alle Menschen lieb, sondern nur fast. Also lieber Xavier, da musst du noch etwas an dir arbeiten. Also ich, ich habe alle Menschen lieb. Auch die, die mich übers Ohr hauen, auch diejenigen, die mir die Vorfahrt nehmen und auch den bösen Nachbar, der mich ganz wüst anschaut, der mir immer absichtlich meine Blumen zertrampelt. Also ich habe alle Menschen lieb. Du hast nur fast alle Menschen lieb. Da musst du noch gewaltig an dir arbeiten. Jetzt geht es weiter. Aber was, wenn fast jeden Tag ein Mord geschieht, bei dem der Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt? Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt, das ist nicht gut. Aber was, wenn, aha, okay, also wenn, geschieht das jetzt oder ist das ein zukünftiger Fall, wenn? Na gut, also wenn das so wäre, dann muss ich harte Worte wählen, singt er hier. Denn keiner darf meine Leute quälen. Wenn doch, der kriegt es mit mir zu tun. Also er setzt sich hier für Opfer ein oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Ja, also da durchzusteigen, das ist schon schwierig. Er nennt ja keine Namen und nennt auch keine bestimmten Gruppen. Naja, also ich habe gedacht, ich kann euch hier eine schnelle Antwort liefern und genau mit dem Finger drauf zeigen, hier ist der Rassismus. Aber dazu ist wahrscheinlich mein Verstand zu klein. Das raffe ich irgendwie nicht. Also die Experten von Human Blood als ausgebildete Nazi-Jäger, die sind auf jeden Fall dafür zuständig. Die können das, die sind dafür ausgebildet. Da will ich mich doch voll und ganz auf deren Einschätzung verlassen. Da gefallen mir die Texte der Band Kiez doch viel, viel besser. Da kann ich leichter verstehen, was die wollen. Da war doch das tolle Konzert mit Wir sind mehr in Chemnitz. Hochgelobt von unserem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Da wurden dann auch klare Texte gesungen. Zum Beispiel bei Kiez heißt es, ich ramm die Messerklinge in die Journalistenfresse. Bullen hören mein Handy ab. Das dürfen die ja gar nicht, ne? Trete deiner Frau in den Bauch, fresse die Fehlgeburt. Also das ist klar, das ist eindeutig, das ist nicht so nebulös. Oder es heißt bei Kiez, ich schleiche mich ein bei den Sarraziens. Da meinte ich mal klar und deutlich, wer gemeint ist. 6 Uhr, alles pentner, Selbstmordattentat. Ich trinke da Liter Cola mit Mentos. Das ist doch klasse, das ist doch kein Aufruf zur Gewalt oder ein Aufruf gegen bestimmte Personen. Nein, das ist legitimiert von unserem Bundespräsidenten. Indem er dieses Wir sind mehr Konzert über alle Maßen lobte. Aber jetzt kommen wir zu einem grandiosen und äußerst wichtigen Beitrag der ARD. Die ARD Jugendwelle Funk und das Bohemian Browser Ballett klären uns auf so lustige und unterhaltsame Weise über die Vorzüge dieser Corona-Pandemie auf. Die Vorzüge des Corona-Virus Covid-19 ist nicht alles schlecht, was das Covid-19 macht. Da heißt es, wir vom Browser Ballett sagen, Ja zu Corona, denn mit diesem Virus heilt sich der Planet praktisch selbst. Hervorragend, voll im linksgrünen Narrativ. Eine Hommage an den Öko-Nihilismus. Am besten ist es, wenn der Corona-Virus die ganze Menschheit dahin rafft, dann geht's der Erde wieder gut. Da haben zwar wir nichts mehr davon, aber das ist ja egal. Das Virus ist außerdem fair und gerecht, sagt uns der Brausermann. Denn es rafft ja nur die Alten dahin, also die Generation 65 plus, die diesen Planeten in den letzten 50 Jahren voll gegen die Wand gefahren hat. Klasse gemacht, ARD, so ein paar Witze über Tote, ja, da zahle ich doch gerne meinen Zwangsbeitrag. Und dafür, dass immer wieder die Jungen gegen die Alten aufgehetzt werden, dafür gehe ich sogar auf die Straße und demonstriere mehr Geld für die GEZ, mehr Geld für die ARD. Immer feste Drauf auf die älteren Generationen, auf die Väter und U-Großväter. Jene schlimmen Menschen, die Deutschland nach dem Krieg wieder aufgebaut haben aus dem Nichts. Die angepackt haben mit Fleiß und Tatkraft die Versorgung, Sicherheit, Wohlstand, Smartphone, Internet und all das, was wir heute so haben, ermöglicht haben. Also ich kann's euch nur empfehlen, schaut euch das Video an, ich werd's euch verlinken in der Videobeschreibung. So, wer nach dem WDR-Lied Meine Oma ist ne alte Umweltsau gemeint hat, dass man nicht noch besser gegen ältere Menschen hetzen kann, der wird hier eines Besseren belehrt, die können das noch viel besser. Ein wahres Glanzstück an Hetze und Senioren-Bashing im linksgrünen Narrativ, was sich hier die ARD mit ihrem Bohemian-Browser-Ballett und ihrem geschmacklosen Satiriker Schlecki Silberstein geliefert haben. Dafür zahlen die gescholtenen Rentner sicherlich gerne jedes Quartal ihren Zwangsbeitrag. Daumen hoch, ein fettes Like an die ARD. Wie gewohnt findet ihr natürlich alle Links zum Thema in meiner Videobeschreibung. Macht's gut, ciao, ciao, euer Freifon.